Hi und herzlich willkommen zurück zu FSZ Dein Coach. Heute habe ich meine persönlichen drei Favoriten für die Brustmuskulatur dabei. Da geht es einmal um das Bankdrücken flach mit der Langhantel, einmal um das Schrägbankdrücken 30 Grad mit den Kurzhanteln und um die Crossflies auf 90 Grad mit dem Kabelzug. Viel Spaß dabei! Bei der ersten Übung geht es um das Langhantel-Flachbankdrücken. Hierbei wichtig, die Körperspannung, vor allem dass ein leichtes Hohlkreuz entsteht, ein stabiler Stand mit den Füßen am Boden, der obere Rücken und die hintere Schulter sollten fest angespannt sein und natürlich diese Position während der gesamten Übungsausführung, das heißt von ganz unten nach ganz oben, zu behalten. Die zweite Übung zeigt das Schräghandelbankdrücken auf 30 Grad mit den Kurzhanteln. Hierbei sind ähnliche Dinge wichtig wie beim Flachhandelbankdrücken, genauso wie der obere Rücken, die hintere Schulter und natürlich die Position zu halten während der gesamten Übungsausführung. Dazu kommt natürlich ein sicheres Hochnehmen und ein sicheres Absetzen der Kurzhantel. Bei der letzten Übung geht es um vor allem die obere Brust, dafür machen wir die Crossflies am Kabelzug einarmig von 90 Grad. Ich hoffe, wir konnten euch mit dem Video ein bisschen helfen bei Ausführungen, bei Übungsauswahl und so weiter. Ich hoffe, ihr lasst uns ein Like und ein Kommentar da. Viel Spaß beim nächsten Video und bis dann.